Hallo zusammen, wir stehen hier vor dem Morgenland Offspace und ich gebe euch heute eine kleine Führung. Ihr seht hier verschiedene Figuren aus verschiedenen Seiten. Hier ist der Eingang. Jetzt schauen wir mal, was hier hinter dieser Türe los ist. Das ganze Gewende ist natürlich da und im Umbruch. Es sieht jetzt so aus, es kann sich dann auch wieder mal ganz anders aussehen. Oder ein bisschen anders, jedenfalls. Und man muss auch noch sagen, das, was hier ist, sind eigentlich die Reste, die ich nicht verkauft habe. Ich habe natürlich schon ein Mehrfaches gemacht, das jetzt noch in einem anderen steht. Hier kommen wir in unsere Stube, weil das Morgenland ist auch ein Treffpunkt einer sozialen Plastik. Da treffen sich immer auch Leute. Der zweite Teil. Die Gerelichenpläne. Die Gerechenpläne. Das ist der Eingang. Untertitelung. BR 2018 Also, habe ich mir einen eigenen Beruf erfinden, wo ich diese Dinge mache, die ich gut finde. Untertitelung. BR 2018 Ja, übrigens, man kann das auch mieten, für eine grössere Gruppe, bis 50 Leute, für eine Stunde oder auch einen ganzen Abend. Die Konditionen sehen Sie auf meiner Homepage und Sie können mir auch anrufen. Einfach keine E-Mail schicken, weil das schaue ich nicht an. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018